Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute machen wir uns selber Marzipankartoffeln und dafür stellen wir uns auch das Marzipan selber her. Ja, ich hoffe ihr seid interessiert und bleibt dran. Ganz viel Spaß beim Video! Ja, das Rezept habe ich in der Rezeptwelt entdeckt und da ich Marzipan sehr mag und mir schon lange mal Marzipan selber herstellen wollte, habe ich gedacht, das probieren wir jetzt aus. Ich mache mir gleich selber die Marzipankartoffeln auch noch aus meinem selber hergestellten Marzipan und den Link dazu, den Original-Link, setze ich euch wieder unten in die Infobox, genauso wie die ganzen Zutaten. Wir brauchen nämlich jetzt gar nicht viel, aber wir brauchen blanchierte ganze Mandeln, dann Zucker, entweder ihr nehmt Rosenwasser oder Amaretto, ein paar Tropfen Bittermantelaroma und natürlich für die Marzipankartoffeln noch Backkakao. Darin werden die Kartoffeln dann am Schluss schön gewälzt und nochmal gerollt, damit sie wirklich wie Marzipankartoffeln eben aussehen. Und als erstes müssen wir uns jetzt Zucker pulverisieren. Ich nehme heute die doppelte Menge des Rezeptes, weil das Rezept ist nur mit 100 Gramm blanchierten Mandeln gemacht, aber 100 Gramm finde ich ein bisschen wenig, wir wollen ja schon ordentlich Marzipankartoffeln haben. Deswegen verdoppel ich jetzt die ganzen Zutaten, werde nachher schauen, ob das mit den Zeiten passt, aber das sehen wir alles gleich. Wenn ihr nicht so viele Marzipankartoffeln braucht oder selber essen wollt oder verschenken wollt, wie auch immer, dann halbiert das Ganze jetzt. Ich nehme 160 Gramm Zucker und wie gesagt, den pulverisiere ich mir jetzt erstmal zu Puderzucker. 10 Sekunden lang auf der Stufe 10. So, da haben wir den schönen Puderzucker. Den fülle ich mir gerade wieder in meinen Schälchen um. Stell ihn mir einfach zur Seite. Wenn da noch ein bisschen Puderzucker im Mittopf ist, ist das gar nicht schlimm. Nun kommen 200 Gramm blanchierte ganze Mandeln in den Mixtopf. Also ich habe zwei Päckchen. Und die werden wir jetzt ebenfalls fein mahlen. Auch wieder 10 Sekunden auf der Stufe 10. So, die Mandeln sind auch schön klein. Schaut mal. Jetzt kommt der Puderzucker wieder dazu. Ein halbes Fläschchen Bittermandelaroma. So. Noch ein paar Tropfen. Ja, jetzt ist es ein halbes Fläschchen. Dann könnt ihr entweder jetzt Rosenwasser verwenden. Rosenwasser bekommt ihr zum Beispiel in der Apotheke oder ich glaube auch im türkischen Supermarkt. Ich habe mir das jetzt nicht extra geholt. Ich mag zum einen nicht so gerne Rosenwasser. Zum anderen würde ich das hinterher nicht mehr verwenden und müsste es dann wegschmeißen. Wäre ja auch schade. Ich nehme dafür als Ersatz einfach Amaretto. Wenn ihr jetzt auch kein Rosenwasser da habt und kein Amaretto verwenden wollt, könnt ihr jetzt auch einfach Wasser nehmen. Und davon brauchen wir so ungefähr 20 Gramm. So, mal schauen, dass ich nicht schon wieder zu viel Amaretto hier rein kippe. Ja, so ungefähr 20 Gramm. Ah, diesmal habe ich es geschafft. So, das vermischen wir jetzt nochmal. 10 Sekunden auf der Stufe 9. 10 auf 9. So, ich schaue gerade mal kurz rein. Bei mir ist, glaube ich, noch nicht so richtig die Masse fertig. Ich habe ja auch die doppelte Menge genommen. Ich denke mal, dass ich die Zeit da etwas anpassen muss. Ich mache nochmal so 5 Sekunden, vielleicht auf der Stufe 7. So, es sieht schon besser aus. Ich muss gerade mal schauen, ob ich vielleicht noch ein paar Tröpfchen Feuchtigkeit brauche oder ob das jetzt funktionieren würde. Wenn ich jetzt einfach mal auf die Arbeitsplatte schütte, ich glaube, das könnte funktionieren. Schaut mal, ich habe es jetzt einfach ein bisschen fest gedrückt. Und das werde ich jetzt einfach mal aus dem Mixtopf rausholen. Ich mache mir hier kurz Platz. Und kippe mir das jetzt einfach hier auf meine Arbeitsplatte. Die ist ja sauber. Und knete das einmal mit der Hand durch. Ja, das glaube ich könnte gut werden. Falls es jetzt bei euch noch etwas zu trocken ist, könnt ihr einfach noch ein paar Tröpfchen Wasser dazugeben. Oder ihr könnt auch noch ein paar Tröpfchen Amaretto wieder dazu mischen. So, ich habe jetzt meine Marzipanmasse ordentlich durchgeknetet und einfach mal zu einer Kugel geformt. Beziehungsweise bei mir sieht es eher wie ein Ei aus. Und hier könnt ihr sehen, eigentlich ist es schon eine riesengroße Marzipankartoffel. Aber das soll jetzt natürlich nicht so bleiben. Wir wollen ja viele kleine Marzipankartoffeln. Und dafür habe ich hier auch schon mal Backkakao mir abgewogen. Ungefähr 50 Gramm. Jetzt werde ich mir hier so kleine Stücke von meinem großen Marzipanstück abzupfen. Und zu einer Kugel, zu einer Kartoffel formen. Und dann noch im Backkakao wälzen. Ja, und das mache ich jetzt mal. Ich werde mir jetzt hier einfach aus der Masse so ein kleines Stück rauszupfen. Und zu einer Marzipankartoffel formen. Beziehungsweise ja. Ich versuche es zu einer schönen Kugel zu formen. Die Größe könnt ihr natürlich selber bestimmen. Ihr könnt sie größer machen, ihr könnt sie kleiner machen. Ganz wie ihr wollt. So, ich lasse meine jetzt mal so. Vielleicht werde ich die nächsten einen kleinen Ticken größer machen. Einfach hier mal kurz reintauchen. Dann hole ich sie aber auch schon wieder raus. Und ich rolle sie noch einmal. Und das ist dann auch schon meine Marzipankartoffel. Die setze ich mir hier mal so hin. Jetzt werde ich erst mal meine Marzipankartoffeln formen. Und dann am Schluss, glaube ich, werde ich sie alle einmal in Backkakao tauchen. So, mein Lieben. Hier habe ich jetzt meine gerollten Marzipankugeln. Beziehungsweise ich habe sie am Schluss gar nicht mehr so viel gerollt, sondern eher so ein bisschen zusammengedrückt. Und ich musste natürlich gerade schon von einer naschen. Geschmacklich. Der Wahnsinn. Richtig, richtig geil. Mit dem Backkakao werde ich es jetzt aber etwas anders machen. Weil ich mag das nicht so, wenn die Marzipankartoffeln mit ganz viel Backkakao ummantelt sind. Ihr seht, ich habe mir jetzt hier einfach mit einem kleinen Sieb so eine ganz leichte Schicht von meinem Kakao auf einen Teller gemacht. Und jetzt will ich mal testen, wenn ich sie jetzt hier nur so ganz leicht rumrolle, ob das mir dann besser gefällt. Und so sieht sie jetzt aus. Also ich glaube, für mich ist es die bessere Wahl. Ihr könnt es natürlich, wie ich es euch vorhin gezeigt habe, auch machen. Also, dass ihr einfach ein Schälchen mit Backkakao nehmt und die Kartoffeln da reinschmeißt, ein bisschen drin wälzt. Das ist ja wie immer alles Geschmackssache. Macht sie so, dass es für euch passt. Ich werde jetzt meine ganzen Kartoffeln erst nochmal schön ummanteln. Und dann zeige ich euch das Endergebnis. Ja, und hier sind jetzt die fertigen Marzipankartoffeln. So sehen sie aus. Ich hoffe, ihr könnt sie gut erkennen. Ich habe nochmal genascht. Also ich finde, sie schmecken tausendmal besser wie gekauftes Marzipan. Und ich vermisse das Rosenwasser überhaupt nicht. Also ich finde, es fehlt auch vom Geschmack überhaupt nicht. Ich bin aber auch kein Fan von Rosenwasser. Wenn ihr es reinmachen wollt, dann probiert es gerne aus. Vielleicht ist es ja noch was als kleine Geschenkidee für eure Lieben zu Weihnachten. Probiert sie gerne aus und lasst mir wieder gerne Feedback in den Kommentaren da. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren, beim Vernaschen, beim Verschenken. Bleibt weiterhin gesund, haltet die Ohren steif. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.